musik Was bist Du denn? Ach, doch gut. Wir beeilen beide. Granate fliegt. die sommer aufgedeckt noch mal liegt die nächste genji haben granate fliegt hat getroffen festsag pennt die du mal lieber woanders hin granate hat an die hielten schade granate fliegt unser unser medpack hat sie aber nicht du hast was bekommen granate fliegt es lieb hab nichts getroffen naja jetzt hat er natürlich an die hiel festsag und die hiel links kann ich lieben ach fast granate sombras hinter uns hinter mir ich habe sie angeschossen granate die sammeln sich oder ok granate fliegt schade ich hätte sie kennen noch mal aufgedeckt das war so geil ich glaube die hat die granate gesehen gedacht fuck als haben sie einen affen fliegt nochmal hat nichts getroffen granate granate oh nice oh den konnte ich nicht heilen ja ich hab jetzt noch eins zu ihm oh da ist die widow gerätzt Nein, Genji. Mein Ultimate lädt auf. Ich hab jetzt da verabschäumt. Hä? Sie macht den Slingshot immer so brav. Sieg mal. Granate fliegt? Hier unter was mir. Da ist McReed da drinnen. Ich komm gleich von hinter uns oder so. Oh, da oben. Hinten oder oben. Da oben. Ist der noch dort? Ich sehe ihn nicht, aber hundertprozentig. Ah, scheiße. Jetzt hab ich nicht aufgefasst. Ich geh doch daheim und geh da hoch. Zuerst, in dem Moment. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Danke, Sombra hinter uns. Okay. Afe ist über uns, ne? Oh mein Gott. Afe pennt. Anti heal. Nice. Mano hab ich auch noch. Willst du retten? Boah. Granate. Ne, gar niemand. Genji hat gekillt. Unser Genji hat gekillt. Komm mal, Unfug, mein Freund. Granate fliegt. Boah. Ah, scheiß Schild. Leider kein Schild. Hab dich. Sleep. Ah, nicht getrogen. Granate. Tötet ihn. Nein. Nein. Okay, Nji ist links. Ich mag unser Weg. Oh mein Gott. Du passt da auch, sie auf? Gut. Donker, oben. Schau, wo sie sitzt. Ich glaub, die freut sich. Granate fliegt? Ah, da ist Kuppel. es lieb nicht erwischt alle anteil doch nicht hab dich granate fliegt jetzt recht und rechts unten irgendwas ist rechts granate fliegt hoch zu ihr habt sie nicht erwischt sagen alter schwerte genji zeigt ich schaffte das kanal fliegt zu euch ja der ist schon unten er ist fast tot jetzt haben sie dumm fest vor scheiße jetzt die handlosen jetzt jetzt die granate fliegt umher genji mach was Hanzo, äh, Fetzag pennt. Äh, der. Ja, man ist die Tracer, mir gerade. Und jetzt zu hemmen. Na, 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 na. Granada fliegt. Den Hamster. Was ist die Tracer? Ich hab's doch eben gehört. Ja, vorne. Irgendwas pennt. Oh, nice. Granada fliegt hoch zum Doomfest. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn erwischt. Nein. Nein. Hast sie? Gut. Okay. Rude. Ich bin unten, ich seh euch nicht, gell? Granada fliegt zum Hamster. Ach, ich hab einen Affen getroffen dafür. Tracer ist bei euch, oder? Oben. Affo pennt. Danke, ich brauche Belehrung. Wo, 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 wo? Hallo, Acker. Ich will's gerade nehmen und denk mal, warum ist sie ausgegraut? Hau ab, hau ab, das hat keinen Sinn. Ja, ja, weiß ich. Oh, vielleicht. Kik, kik, danke. Gell mal. Wo kommt's da? Ah, da haben's gerade doch rum. Oh, süß. Ne, seitlich, seitlich einer. Ah, ich muss da weg. Hau ab, Affo. Danke. Tracer will links lang. Haha, verzeihung. Wo ist die Tracer? Hinter euch. Wo? Wo? Ah, okay. Ah, okay. Vorsicht, der Sprengler noch mal eine. Hau ab. Oh, ich bin gesliebt. Ah, ich hab Tatil. Ja. Hau ab. Hau ab. Ah, scheiße. Ich hab sie nicht. Kommt wieder, die hat unten holt's Health Pack. Oh, mein Gott, was ist das? Warst du? Nice, I agree, Hutton. Sei ja weg. Oh, oh, ist schlecht. Wow, knapp. Mei. Ah, fast tot. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, mein. Denjik ist auch noch was dran. Nice, sehr schön. Sehen umgestellt, nochmal. Nämlich auch stabiler. Ach so, mit Kreida zuhören. Es hat sich ausgewuselt und so. Ich sag mir, warte ich wieder, weil er war total sympathisch. Der hat eine gute Position auch gehabt. Richtig gute. Oh, das war nice, ja. Das war nice. Das war auch cool. Ja, gell? Wo ist denn der Hamster? Hä, wieso sehe ich denn? Ach, da. Sehr schön. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht schon längst hast, ein Abonnement. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.